Willkommen zu einer weiteren Runde Hunger Games, es ist 7 Uhr 3 morgens und wir laufen Richtung 2,5 Und yo Also 2,5, ich hoffe wir sehen dann den Sumpf Und ähm, ja Okay, ich will das jetzt stompern Und ich will das ganze, äh, ja, erlauben wir uns so Und, ja Gut Puh Ähm, fett, könnte ich wieder mal spielen Ach, tut mir leid Aber, ähm Ja, ich bin ein Stomper und ab morgen bin ich erstmal eine Woche lang weg Ja, tut mir leid Ab morgen bin ich eine Woche lang weg Das heißt keine Videos Und, ja Schaut euch noch mal meine Alphabetes nochmal an Dann kommen halt jetzt nicht so wieder wie das Und, ja Okay Einfach, wenn du das wisst Vielleicht werde ich auch noch mal ein Exakt mit uns so weiter zu machen Ich weiß noch nicht mal, ob das wieder heute noch hochkommt Und vielleicht kommt es auch erst nächste Woche hoch, wenn ich wieder da bin Ich war nur noch zwei Minuten, dann kann ich mir einschwerfen Ich war nur noch zwei Minuten, dann kann ich mir einschwerfen Ich bin nicht mehr so schnell im Kürfo wie ich fliege Ich bin ja nicht mehr so schnell im Kürrup nach demÃ so kassel der ist das heißt ja und da sind sich und war zwei besagt man ist ein beserker der zweigelte und jetzt mal ist nur lachschen ich glaube ich machen wir auch ein Steinschwert und dann versuchen wir erstmal eine Schlucht zu finden um Eis zu formen Oh mein Gott, das ist nicht gut Wo ist ein Schwein, Schwein, Schwein Toll Ah, hier ist das schon Okay Drei Stück, sehr Dann braten wir die gleich und dann werden wir nochmal ein und versuchen, lol, wie viele Pro uns sind Grante muss 88 Ja, geil Oh Mann Grante muss 88, mein größter Erz-Rivale Oh Gut Dann machen wir so noch eine Steinschwertsacke So Und dann haben wir das Okay Moment, ähm So So Gut Ähm So 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 Hier ist eine Schlucht Da irgendwo ist er, glaub ich. Ja geil. Mann, dieser blöden, verfickten Wandbagger.